Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video und heute habe ich ein spannendes Horoskop beziehungsweise astrologisches Experiment für dich vorbereitet, denn ich habe mir mal gedacht, schauen wir uns doch einfach mal an, was die Grundenergie ist zwischen der Euro-Einführung und Österreich. Und da habe ich quasi ein Partnerschaftshoroskop gemacht, ein sogenanntes Kombin, wo so Mittelwerte errechnet werden zwischen den beiden beteiligten Horoskopen. Ein Kombin ist super dazu geeignet, dass du Themen in deiner Partnerschaft aufzeigen kannst, dass du sehen kannst, okay, wo gibt es denn vielleicht Potenziale, was sind denn Aufgaben, die man zu lösen hat so zwischenmenschlich und ich kann das jedem einmal empfehlen, in deiner Partnerschaft hat, wirklich so ein Kombin-Horoskop sich mal anzuschauen. Und in diesem Video habe ich jetzt mal ein Kombin zwischen der Bargeldeinführung des Euro und eben der Gründung Österreichs mit dem Staatsvertrag gemacht und habe mir mal geschaut, was ist denn da das energetische Thema dahinter. Also das heißt, was bedeutet diese Bargeldeinführung, was bedeutet der Wechsel Euro für Österreich und was sind denn da für Tendenzen beteiligt. Und da wollen wir gleich mal reinschauen, würde ich sagen. Schauen wir uns das mal an. Und wenn du dir dieses Horoskop betrachtest, dann fällt erst einmal auf, wir haben einen Wassermann-Aszendenten. Und der Aszendent gibt ja auch so diese beteiligten Themen vor. Aszendent, kannst du dir vorstellen, ich habe auch ein Video darüber gemacht, ist ja auch so die Grundenergie. Das heißt, das ist das, was erscheint auf Erden. Das, was sich da, was sich in der Lebensenergie da ausdrücken will. Und da haben wir Wassermann-Energie. Und Wassermann will ja, was will denn Wassermann? Der will Freiheit, der will etwas Neues. Also da darf ja nichts alt sein. Der will auf jeden Fall eine Veränderung erwirken und die soll sofort passieren. Also der hat nicht die längste Brenn, aber die Veränderung soll sofort passieren, soll schnell passieren. Ist auch ein kreatives Zeichen natürlich. Und das Prinzip des Wassermannes, also diese Grundenergie ist dann der Uranus, den schauen wir uns dann gleich an. Aber wenn du dir hier dieses erste Haus, also diese Lebensenergie anschaust, dann siehst du auch, dass da auch ein zweites Prinzip beteiligt ist und zwar das Fische-Prinzip. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses Wassermann, das muss was Neues sein, aber auch enthalten ist das Fische-Prinzip. Und Fische-Prinzip ist natürlich dieses, ist auch ein bisschen so diese Erweichung, Einweichung, auch ein bisschen das Auflösen von der Energie. Also es ist so, dass es ein bisschen so diesen, ja, den Biss rausnehmen, ein bisschen weicher machen, ein bisschen sanfter machen, ein bisschen vernebeln. Also auch diese Energie ist da mit drinnen enthalten. Und jetzt schauen wir uns mal diese Mischenergie, Wassermann-Fische-Energie an, diese Grundenergie dieses Horoskops. Das heißt, das ist das, was wirkt. Also es wird etwas neu gemacht in diesem Land. Auf welcher Ebene wird das neu gemacht? Und da siehst du Uranus steht oben im achten Haus. Das ist eben so, das ist das Haus der Vorstellung, der Fixierung, der Ehe, des Erbes. Und da steht dieser Uranus drinnen im Zeichen Skorpion. Und das bedeutet einfach mal, nachdem das auch im dritten Quadrant ist, es ist eine geistige Geschichte. Das heißt, die Energie ist eine Kopfgeburt. Da wird etwas also quasi erfunden. Die Energie ist quasi etwas Geistiges. Und die wirkt sich dann in einer fixen Vorstellung aus. In gewissen Vorstellungen, die sich da halt offensichtlich manifestieren. Und wenn man sich das dann anschaut mit dem Mond in Kombination Uranus-Mond, da kommen wir dann nachher noch dazu. Das kannst du dir schon mal merken. Also wir haben Uranus-Mond zusammen. Und Mond ist natürlich so der Ausdruck dieses, was ich im Innersten besitze. Das ist so ein bisschen so das Seelische auch. Und da merkt man einfach, das ist emotional vielleicht etwas aufwühlender. Also das ist jetzt nicht so das Wohlfühlhaus für den Mond, sage ich jetzt mal. Das Wohlfühlhaus für das Gefühl. Und wenn wir da jetzt noch weiter betrachten, wir haben ja auch noch das eingeschlossene Fischezeichen. Und der Neptun als Prinzip des Fisches steht im Zehnten Haus. Das heißt, da wird Neptun bestimmend im Schützen. Schützen ist was? Ist Expansion. Es wird etwas erweitert. Und es soll vielleicht auch etwas nicht nur erweitert werden, aber auch ein bisschen weicher gemacht werden. Beziehungsweise auch ein Schänd, der sich etwas Böses denkt, etwas ein bisschen verschleiert werden über den Neptun. Das ist mal so diese Grundenergie. Und wir sehen auch jetzt, es spielt sich irrsinnig viel, wenn du diesen Radix betrachtest, es spielt sich ganz, ganz viel in dieser geistigen Ebene ab. Also es ist sehr viel Kopf. Und es ist eine Bestimmung, ist im Prinzip eine Erweiterung, eine Vergrößerung. Aber auch mit dem Neptun das auflösende Prinzip. Also das ist so im Kern dieses Horoskops enthalten. Und nach außen hin, du siehst, wir haben Sonder, wir haben Saturn. Also nach außen hin, im siebten Haus begegnet quasi dann in dieser Energie auch die Regel. Das heißt, auch die Regeln, die mir begegnen, die mir gestellt werden. Und noch einmal, wir haben uns Österreich Bargeldeinführung angeschaut. Das heißt, die Regeln kommen von außen her. Die kommen nicht von innen her. Die begegnen dir. Was ja irgendwo mit der EU auch passt. Und das sind eben noch mal so diese Grundenergien, die wir haben. Und ob das jetzt, wie gesagt, ganz neutral, ob das jetzt gut oder schlecht ist, spielt jetzt einfach mal keine Rolle. Nur, dass du mal ein Bild hast von diesem Kombin. Also das ist die Energie der Erneuerung, aber eher eine geistige Energie. Das heißt, da geht es jetzt nicht unbedingt um Wohlstand, dass da etwas geschaffen werden soll. Sondern es ist eher eine Idee. Sagen wir mal so, eine Idee, eine neue Idee wird Wirklichkeit. Und diese Idee kommt auch auf dich zu. So kann man sich das vorstellen. Beziehungsweise kommt auf das Land zu. Und jetzt schauen wir uns die aktuellen Transite an. Denn das finde ich spannend. Aktuelle Transite auf dieses Kombin bedeutet ja quasi, was spielt sich denn jetzt ab. Das heißt, wir haben diese Euro-Österreich-Mischung. Und was passiert denn jetzt? Und da gibt es einen Aspekt, auf den ich dich besonders hinweisen möchte. Du erinnerst dich vielleicht, Uranus steht ja im Stier. Wenn du Videos auf diesem Kanal geschaut hast, das habe ich immer wieder erwähnt, der Wandel der Werte, der Wandel des Vermögens, vielleicht auch der gesellschaftlichen Struktur. Dieser Uranus, dieser Umbrüchler, dieser Wassermann-Planet, ist ja gerade im Stierzeichen und wirkt sich dort aus. Das merken wir auch. Also wir merken das an den Märkten. Wir merken, dass sich gesellschaftlich was verändert hat in letzter Zeit. Also das ist ja auffällig. Und jetzt zeige ich dir mal, wo dieser Uranus hinstrahlt. Und das ist ganz spannend. Unten in dem Horoskop siehst du das aktuelle, den aktuellen Uranus. Und du siehst eine Opposition, also eine Gegenspannung zum Mond und dann auch, der ja in Konjunktion mit dem Uranus in diesem Horoskop, Euro-Österreich, in diesem Horoskop steht, im achten Haus gibt es eine Opposition. Und das bedeutet für mich ganz einfach die Befreiung, die Wandlung des Erbes. Achtes Haus Erbe. Auch das, was ich bekommen habe. Eventuell auch mit dem Mond. Ein bisschen vielleicht auch von der mütterlichen Seite rein. Muss jetzt nicht sein, bitte. Aber das ist für mich so diese Auflösung, Spannung des Erbes. Und das ist die Energie, die jetzt gerade läuft. Das heißt, dass der alte Besitz, der Familienbesitz, der weitergegeben wird, weitergegeben werden soll vielleicht, wandelt sich jetzt und wird freier. Jetzt kann man das natürlich, jetzt kann man sich das überlegen. Bedeutet das jetzt den großen Verlust? Oder bedeutet das jetzt vielleicht auch, dass man Erbe umdenken soll? Dass man das, was man besitzt, was man weitergibt, auch an die Kinder, dass man das umdenken soll? Ich bin ja aus einer Generation, wo die Eltern was aufbauen konnten, wo was aufgebaut wurde. Und das ist ja so ein bisschen so diese Konsumenten, Konsumenten, das Verbrauchen dieser Generation, würde ich sagen. Also wir verbrauchen ja viel das, was wir bekommen haben von den Eltern. Und aufbauen wird natürlich zunehmend schwieriger. Und wenn man sich das nochmal betrachtet, dann würde ich da zwei Sachen sagen. Das erste Mal nicht zu sehr auf Hab und Gut und das, was ich bekomme, verlassen, weil das gerade jetzt verwandelt, befreit wird. Und noch einmal auch das überdenken, den Wert überdenken, was du auch weitergeben wirst an deine Kinder. Also klammere dich nicht zu sehr an äußere Dinge, sondern schau auch mal, dass da das seelische, dass eine seelische Stabilität, denke ich, wichtig ist. Denn wir werden immer labiler. Und ich erkenne das auch immer in meiner Praxis immer wieder. Die Ängste, die Unsicherheiten. Es gibt kaum Klarheit. Es gibt kaum Orientierung. Und deshalb ist auch diese seelische Stabilität ganz wichtig. Und ich denke auch, dass uns dieser Wandel der Werte, die Inflation, diese Krisen, die auf uns einprasseln, auch dazu aufrufen sollen und vor allem jetzt auch in dieser Mischung Geld-Österreich uns dazu im Inneren aufrufen sollen, klarer, stabiler zu werden und die Werte wirklich freizulassen, was uns belastet und auch vieles loszulassen natürlich. Aber auch seelisch, emotional stabil zu werden und sich darauf zu besinnen. Und wenn deine Stabilität an äußere Dinge gehaftet ist, dann ist das natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wenn du sagst, ich bin glücklich, weil Kontostand X, Immobilien Y und so weiter, dann ist das ein enormer Druck, der da denke ich ausgelöst wird und wo jetzt einfach so diese Befreiungsenergie auch läuft. Also mein Tipp wäre jetzt, wenn man sich das anschaut, so vom Energetischen und noch einmal da beziehe das aufs Persönliche. Wir haben uns hier jetzt ein Radix angeschaut, Geld und Land quasi, wie wirkt das? Was ist das Thema des Geldes in Kombination mit dem Land? Und was läuft denn jetzt kollektiv für eine Energie? Und das ist das kollektive Energie des Wandels, der Befreiung, des Umdenkens. Und noch einmal über diese Opposition hin, Uranus auf Uranus, diese Sprengkraft und das ist astrologisch enorme Sprengkraft, die wir da haben in unserem Wertesystem, im Geldsystem auch, im Staatssystem auch drinnen, würde ich dir empfehlen, das ist die Einladung für dich. Schau, wo du Stabilität, wo du seelische Stabilität erlangst. Denn das ist nicht, das ist natürlich nicht unmöglich und das ist auch wirklich die Einladung. Also alles, was dich unsicher macht, lass mal weg und schau, wo ist Klarheit, wo ist Stabilität. Das wäre so mein Tipp, mein weiterer Krisentipp. Wie gesagt, diese ganzen Betrachtungen sollen nicht dazu dienen, dich unsicher zu machen, sondern dich zu stärken. Mach dir bewusst, es wandelt sich etwas und es gehört einfach etwas gemacht, eine Sicherheit zu dir gebracht, dass du da gut durchkommst. Und da sehe ich einfach meine Arbeit drinnen. Deshalb mache ich diese Videos, deshalb versuche ich auch immer, dir diese Botschaften zu übermitteln. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute, eine gute Zeit und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Wenn du selber mal Interesse an einem Horoskop hast, einer Geburtsanalyse oder vielleicht sogar einem Kombin deiner Partnerschaft, dann freue ich mich natürlich. Termin kannst du immer über meine Homepage buchen, ist auch immer über Zoom möglich natürlich oder telefonisch oder natürlich auch live, wenn du aus dem Raum Linz kommst. In diesem Sinne, eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Zeit, alles Liebe aus dem wunderschönen, etwas nebligen Linz heute. Dein Oliver Jarenny. Tschüss, bis nächstes Mal.